Das ist nur das Framing und da gibt es jetzt nicht, wo man sagen kann, das ist jetzt, das ist das Rationale und das ist das Irrationale. Das man vom externen Standpunkt aus, bitte. Also gerade in dem Weich kann man das ja, weil man einmal in die Verlustrichtung und einmal in die Wehrrichtung kombiniert. Und es geht um die Multiplikation von Toten und der Wahrscheinlichkeit von Toten. Das heißt, sie muss man dann für die Wahrscheinlichkeit und den Anzahl von Toten modifizieren und kann dann zu sagen, die einen haben sich falsch entschieden. Und sie operieren mit den Toten anders und haben sie recht entschieden. Das ist ein Beispiel, sodass es egal, wie es vielleicht rauskommt. Genau. Oder so. Das heißt, gibt es einen, gerade in diesem Beispiel, gibt es einen Rationalitätsmaßstab, weil man einfach nur Wahrscheinlichkeit und den Anzahl von Toten modifizieren kann. Ja, sie können ja Rationalitätsmaßstäbe haben, aber die Frage ist, ob das sinnvoll ist im Verhältnis in Bezug auf die Prämissen, von denen aus die Leute argumentieren. Das war der Punkt. Sie setzen einen bestimmten Maßstab und sagen, die anderen haben die nicht und deswegen sind die irrational, aber nicht Sie. Also verstehen Sie, das ist eine Argumentation, die vom Standpunkt des Subjekts aus formuliert ist. Und dass ich jetzt sagen kann, das würde ich da auch sagen, dass jemand in einer bestimmten Weise argumentiert und ich sage, in der Art und Weise, wie du jetzt mit deinem Kind umgehst, um wieder auf dieses Beispiel zurückzukommen, kriegst du das, was du eigentlich willst, sozusagen nämlich mit deinem Kind vernünftig zusammenleben, nicht hin. Du fällst dir selber in den Rücken. Das heißt, ich muss die Prämissenlage ändern und analysieren, dass die Leute für sich eine andere Geschichte als vernünftig realisieren können. Und dann bin ich sozusagen immer auf der Ebene des Subjekts. Und ich muss aber quasi an den Widersprüchen, an den Widersprüchen dieser Art und Weise, wie die Leute existieren, für sie nachvollziehbar ausfindig machen, dass sie dann auch diesen Momenten folgen können. Die Beispiele, die sie nennen, also ich finde, dass dieses Beispiel mit diesen Toten nicht so richtig sich eignet, sondern diese ganzen anderen, klar, Verfügbarkeitsheuristiken, Präsenz-Dilemma-Geben, das sind ja alles diese Sachen. Da gibt es ein sozusagen externes Kalkül. Und dann ist die Frage, ob die Leute dieses Kalkül realisieren oder nicht oder was man jetzt, was so. Aber im Prinzip funktioniert die ganze Sache so, dass wenn sie so eine Konstellation schaffen, ist es so, dass das Framing heißt, wenn man dieses Framing übernimmt, handelt man vernünftigerweise so, wie die Leute das dann auch in der Mehrzahl tun. Da ist wieder im Prinzip dieses Moment der subjektiven Vernünftigkeit drin. Das sind keine Bedingungsereignisrelationen, sondern sie konstruieren bestimmte Prämissenlagen, die die Leute übernehmen oder nicht. Das heißt, wir sind erstmal schon mal nicht im nomothetischen Diskurs, sondern im verdeckten Begründungsdiskurs. Und das Zweite ist, das sind Anlagen, in denen sie aufgrund bestimmter Auffassung sagen, das ist rational und das andere ist irrational. Das können sie auch gerne tun. Nur zur Analyse dessen, was die Leute tun, trägt das nichts bei, weil es nur eine Abqualifikation ist. Sondern es ist auch die Frage, wie kommt die Menschen dazu. Verstehen Sie, das sind verschiedene Diskurse. Ich kann sie nicht verstehen. Wenn ich sage, was ist rational oder nicht, dann werte ich. Und damit werden halt bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse definiert und als Vordestor sich besetzt, wobei man überhaupt gar nicht mehr diskutieren braucht, weil das eben so ist. Und ja, es ist ja auch nicht ins Klicken, was von uns gebraucht ist. Und mit rationaler Diskurs ist ja auch immer versucht, irgendeine Diktunität herzustellen. Und da kann man sich auch Geschlechterverhältnisse verliehen. Da wird ja auch Macht hergestellt, Macht an sich oder in der Unterschiede zu legitimieren. Und da ist es besonders auch verliebt, dass auch Männer versuchen, oder den Druck der Rationalität benutzen, um ihr eigenes Verhalten und ihr Entspanzen zu befinden. Also worauf Sie, wenn es an Sie gerichtet war, ja. Wenn man sich an Sie gerichtet hat, wenn man sich an Sie gerichtet hat, dann würde ich wirklich, weil ich weiß, er ist ein Mensch, und er hat eine Wünsche und eine Wünsche und ein Wünsche. Und dann kann ich sagen, okay, noch ein Wünsche und ein Wünsche. Also jemand hat vielleicht auch Lust darauf, mit den Leuten abends rumzusetzen und das Gewinn daraus ist gar nicht so, dass er mit denen ein Treffen geht. Und dann ist es einfach nicht so, morgens dann zur Arbeit zu gehen oder was das ist, morgens für den Tisch zu sein. Oder Selbstverletzen ist auch eine Form, um Selbstverletzungen zu bearbeiten. Also man kann ja auch irgendwie sagen, dass es nicht gut für diese Person, dass es selbstverletzt wird. Also ich glaube, dass von einer Psychologie, wie ich sie vertrete, weiß man von der Außensicht niemals, was für andere Leute gut ist. Das würde ich sagen, das ist eine kategoriale Aussage. Was für andere Leute gut ist, weiß ich nicht. Und das Problem ist, wenn man glaubt zu wissen, was für andere Leute gut ist, und man hat auch noch die Macht, das durchzusetzen, dann möchte ich da nicht leben. Um es mal klar zu sagen. Wenn Sie wissen, was für mich gut ist, dann, und Sie können es auch noch durchsetzen, dann gehe ich noch aus. Aber wenn Sie jetzt... Ja, nee, jetzt bin ich ernst. Nee, nee, nee. Was? Ich sage, ich weiß nicht, was für Sie mal ein bisschen gut ist, aber ich weiß, bestimmte Verhaltensweisen würde ich sagen, dass es vielleicht nicht gut ist. Finden Sie denn gut für mich, dass ich hier sieben Stunden im Zug sitze, herkomme und wieder moin zurückfahre? Ich könnte doch in der Sache, ich könnte zum Beispiel Litarisch spielen, ich könnte ein weiteres Buch schreiben oder wie auch immer. Was ist denn der Maßstab? Wenn jemand reinkommt und Sie schlägt, aber Sie sagen, es ist nicht gut für Sie. Nee, das ist schon wahr. Es sei denn, ich hätte vielleicht ein anderes Verhältnis dazu. Das ist ein wichtiges Urteil, weil Sie da ansprechen, um seine Luft ist nicht das, was der Einzelne sieht, sondern vernünftig ist etwas, was wir sozial ausgaben. Nur das Beispiel, das Beispiel fällt aus dem Diskurs. Wenn Sie sagen, jemand kommt rein und schlägt mich, dann ist das ja nicht eine eigene Handlung, die ich mache. Das ist ja völlig extern. Es geht ja darum, dass ich was mache, dass ich mir den Kopf vollsaufe oder dass ich irgendwie sozusagen... Bitte? Nein, was soll das denn jetzt heißen? Ja, gut, geht die Handlung von Ihnen aus. So, ob das für mich gut ist, ob ich Ihnen bei den Fressen haue, ist doch eine Frage, die können Sie doch nicht beantworten. Warum wollen Sie das denn nicht wissen? Können Sie doch sagen, das ist irrational aus Gesetz? Das können Sie gerne tun, nur das ist ein Urteil, das ist ein Urteil, das sich über meine Begründungsstruktur hinwegsetzt. Das ist der zentrale Punkt. Es kann doch sein... Und ob das für den Einzelnen gut ist, ob er sich daran hält oder nicht, wissen Sie von außen nicht. Es kann zum Beispiel eine notwendige Voraussetzung sein, dass man überhaupt wieder anfangen kann zu lernen, dass man sich in der Schule so aufführt, dass man rausfliegt. So, und dann wird jeder normale Mensch sagen, das ist aber nicht gut, wenn du aus der Schule fliegst. So, und mit... So, und mit... Und der fährt bewusst beruht über die Ampel und will bewusst einen Unfall verursachen. Nein, der Gesetz für sich jetzt als neuem, rational, individuellen Gesicht, Sie sagen ja, aus subjektiver Sicht, man muss ja auch rational sein, dass der Gesetz für sich und die neue Regel, auch die Regel, der kann vermissen, die erhält sich immer mal hoch. Genau. Da kann es aus gesellschaftlicher Sicht, das wohl sehr gut irrational sein, sich so zu verhalten. Ja. Aus dem individuell subjektiver Sicht, sondern aus gesellschaftlicher Sicht? Es wird relativ schnell vorbei sein, weil er dann sein Ding kaputt fährt, aber die Frage ist, auch in dem Falle, ich würde erstmal versuchen rauszukriegen, warum macht er das eigentlich? Wenn ich jetzt einfach nur sage, das ist irrational, habe ich sozusagen, brauche ich gar nichts mehr zu analysieren, steht von vornherein fest. Ich muss gar nicht mehr fragen, warum er das macht. Sie haben, es gibt ein externes Vernunftkriterium, man bleibt da rot stehen, das hat ja auch eines für sich, so, und andere Leute machen es nicht. Und wenn er das nicht macht, dann ist das irrational. Damit ist keine Analyse mehr erforderlich. Dann haben Sie jetzt von vornherein entschieden.